Okay, so langsam steigt mein Leben wieder. Na, Speer. Boah, hier sind jetzt ja von diesen... Speer des schwarzen Rings. Schwarzer Ring, war das nicht die Weint-Divinity? Ich glaube, das war die Weint-Divinity. Wo die Leute vom schwarzen Ring die Bösen waren. Ich habe ein Level abbekommen, das kommt mir gerade ziemlich gelegen. Ach, das war ja der Fertigkeiten. Ich könnte mich jetzt veranfassen. Heilung kann ich... Aber ich kann Lebenshintzug nicht skillen. Das ist nützlich, das kann ich jetzt gut gebrauchen. Na, Verteidigung. Ja, machen wir Lebensentzug. Das wäre in meiner momentanen Lage echt hilfreich. Das ist der Mana-Vorrat, das kann ich mir für später aufheben. Aber ich habe trotzdem mal Skillen. Lebenskraft auf jeden Fall. Und stärker. So, jetzt bin ich den schwarzen Ringspeeren ebenbürtig vom Level her. Erbärmliche Ratte. Was der da schießt, gefällt mir gar nicht. Das war ein Beschwörer, das war so klar. Bleibst du hier? Was heißt Beschwörer? Nekromant. Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Leck. Ich fühle mich gar nicht gut. Ich sollte vielleicht lieber verschwinden. Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Wenn ich mir mein Leben so angucke. Sieht das nicht gerade gut aus? Aber ich bin wenigstens ein paar von den Typen losgeworden. Ich bin wenigstens ein paar von diesen Typen losgeworden. Und das finde ich schon mal gut. Und das finde ich schon mal gut. Oh, Drachentöter! Drachentöter! Hier, drüben! Ich bin wenigstens ein paar von den Typen. Ah! Ach ich bin wenigstens ein paar von den Typen. Okay, wer hat das gerade gesagt? Ach da! Ich, ich sterbe! Ich heile euch. Augen wie der Teufel. Sie sind da drin, in der Dunkelheit. Schön hier. Hm. Leider ist kein Schrein in der Nähe. Ich weiß nicht. Gehen wir rein? Versuchen wir es? Ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein. Mehr als sterben können wir ja nicht. So, noch mal so gespeichert. Falls was schief läuft. Ja, da kommt eine Tür. Okay, mal gucken was das für Wesen sind. Ziemlich kleine Mine bisher. Oder es geht noch tiefer runter. Ich denke mal, das sind diese Kreaturen. Okay, wenn das alles ist, was die können, dann... ...sind die eventuell gar nicht so stark. ...hübsch. Hatte jetzt einen guten Verkaufswert. Mann, jetzt liest ich doch nicht fest hier. Irgendwie will mir das nicht wirklich gefallen. Ich schau mich erst mal... ...da drüben rum. Come on, ich bin nicht dabei. Was haben wir hier drin? Unfernblüte. Können wir noch gebrauchen. Hm, das könnten wir noch gebrauchen. Oh ja, ohne Mine sind doch viel Mineralien. Wobei das auch nicht immer der Fall ist. Hm, vielleicht gibt es einen Schlüssel irgendwo für diese Truhe. Mal schauen. Oh, noch was sind Kreaturen. Erbärmliche Ratte. Haha, erbärmliche Ratte. Kristallschädel, Unterzache, ein Schlüssel. Okay, das ist der große Raum hier. Ich muss sagen, diese Kreaturen hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Okay, was ist das für ein Riesenteil? Oder die kamen vielleicht von da die Kreaturen aus diesem Raum. Auch recht nice, diese Starlacks. Was haben wir da? Ah. Ein weiterer Gegenstand für Frau. Meine Sammlung. Das ist auch noch eine Kiste. Leichter Edelschild. Nice. Und dann führen wir ganz die Gewandtheit. So, nun mal schauen, was es denn in der anderen Kiste, beziehungsweise Truhe hinten gab. Beziehungsweise gibt's. Nämlich in... Dieser. Okay. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, aber... Wasserhals. Okay. Damit hätten wir diese kleine Mine gecleared. Okay. Damit hätten wir diese kleine Mine gecleared. Die Ausbeute war ein bisschen bescheiden. Wobei teils gutes Material ist zum Verkaufen. Wie die Rubino und so. Ja. Soviel zu den Katakomben, hm? Der Gevater ist tot. Dann noch was bei sich. Na, wie war es denn von diesen Kreaturen? Vielleicht bringt das eventuell ja ein bisschen Kohle ein, oder? Das ist für... Necromantie. Oder zum Bespüren. Beziehungsweise entwickelt von den Kreaturen. Keine Ahnung. Mit dem Beschwörer-Krams habe ich mich jetzt nie wirklich so... ...intensiv befasst, weil ich jetzt nicht so der... ...Fan bin von... ...diesem Beschwörer-Zeugs. Genieß diese Momente, Herrschaften. Denn es werden eure Letzten sein. Ihr solltet euch vorsehen. Wir sind keine so leichte Beute, wie ihr denkt. Es wird sich bald zeigen, wie viel Wahres an euren Worten ist. Aber was ist das? Wir bekommen wohl Gesellschaft. Und wer seid hier? Eure Verstärkung Ragnar schickt mich. Lass uns den Brunnen ein bisschen aufwischen. Wir werden das alle noch bereuen. Soldaten, auf dieses Gesindel. Ich glaube, das war's mit dem Überfall. Ich glaube, das war's mit dem Überfall. War das noch einer? Haha, gewonnen! Gut gemacht! Sie ist erfrischend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nicht, dass ihr ein besserer Verbrechen hat, wegen dem Kampf. Aufwechslung zum alltäglichen Hinterhalt. Aber komm, wir sehen uns im Lager wieder, oder? Ach, sorry. Ich will nur wissen lassen, wie gut ihr euch geschlagen habt. Gehabt euch wohl. Okay, damit wäre diese Quest abgeschlossen. Mit dem Hinterhalt. Ich denke, dass Drachentöter und auch Drachenritter nicht mit den Halsabschneidern gemeinsame Sache machen sollten. Ihr müsst noch etwas Kampferfahrung sammeln, bevor ihr euch in den Maxus-Tempel wagt. Okay. Dann antworten, es ist zu früh, um in den Maxus-Tempel zu gehen. Ich könnte aber schauen, ob es ein Teleportpunkt hier gibt. Okay, da sind auf jeden Fall Speer. Da sind nur zwei, die kann ich ausschalten. Eure Hammer nützen euch gar nichts. Eure Hammer nützen euch gar nichts. Eure Hammer nützen euch gar nichts. Soll ich dich noch wegmachen? Und tschüss. Ich überlege gerade diese Lebensentzug-Fähigkeit. Kann ich die belegen, oder? Lass mal schauen. Der Krieger war das ja. Naja. Naja. Das ist eine passive Fähigkeit. Aber... Ich sehe auch gerade das Brauchstufe 13. Also eigentlich zu früh. Na, was soll's. Dann hab ich sie halt jetzt schon geskillt. Was soll's. Zu den Fjörden gehe ich übrigens noch nicht hin. Das wäre immer noch ein bisschen zu früh. Da geht's glaube ich zum Manditenlager hin. Das war so ein scheiß Hexer gewesen. Jetzt müssen wir die beiden loswerden. Ich bin schwer verletzt. Okay. Den Weg... Nö. Den Weg definitiv nö.